Und wir werden sehen, ob das hier genau so läuft, wie gerade eben, dass der noch sieglose Spieler dieses Spiel holt. Er hat sich dann in der Vorrunde durchgesetzt gegen einen thailändischen Dartspieler, dessen Namen ich gar nicht versuchen werde auszusprechen. Jetzt können Sie mal nachgooglen. Und dann hat er sehr, sehr gut losgelegt. Ist richtig auf Linie bisher. Sehen wir auch, ist aber ein da liegen, um das Break zu bestätigen. Und hier kommt Nilles mit dem 13-Data zum Re-Break. Toller Start hier von beiden Spielern in diese Partie. Zeigen uns hier früh richtig gute Darts. Perfekter Start im Finish-Bereich. Aber trotzdem noch eine Menge Holz, die da bei The Cube zu Buche stehen. Dennoch wird Nilles das hier erledigen wollen in dieser Aufnahme. Genauso macht das auch. 2 zu 1 Führung. Für Nilles beim Abwerfen des Darts. Nicht schulbuchmäßig, aber effektiv. Es funktioniert. René Adams das Ganze sehr, sehr sauber. So wie wir es hier in diesem Fall gesehen haben. Sollte jetzt hier auf 2 zu 2 stellen. Ganz genau so ist es. Passt hier das 1. High-Finish. War eine Break-Chance. Wäre wichtig gewesen für The Cube. Doppel 10. Ein Dart noch für Stefan Nilles. Ja, und mit dem letzten macht das. In 21 Darts verteidigt er hier seinen Anwurf. Und verleiht er seiner Frustration auch Ausdruck in diesem Moment. 7 Darts, die er hier liegen lässt. Und macht die Tür auf für Nilles zum Break. Zum 4 zu 2. Und Nilles ist sofort mit dem ersten Darts da. Er bleibt da aus und versucht sich ranzutasten. Aber auch Nilles kriegt es jetzt hier nicht hin. Bestraft ihn nicht für diese ganzen Fehler auf Doppel. Jetzt greift er an. Doppel 4. Und der ist es dann. Rene Eidams. 8th leg ist Rene to throw first. Game on. Bleibt bei 70 Punkten Rest. Nilles. 119 Punkte. Der erste ist schon mal sehr gut. 62 Rest. 12 fürs Bullseye. Und der tut richtig, richtig weh. 119 Punkte ins Gesicht von Rene Eidams. Erstes High-Finish dieser Partie. Natürlich. 109 Punkte. Gerade eben die 119 ins Ziel gebracht zum 5 zu 3. Macht er jetzt die 109 zum Match. Die macht er. 109 Punkte zum Match gecheckt von Stefan Nilles. 6 zu 3 Erfolg gegen Rene Eidams.